Ja, also ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer live und im Fernsehen, wie Anne Will immer so schön sagt. Und lese aus meinem Buch Wimpern aufs Gras. Ich lese erst das erste Kapitel und dann springe ich sehr weit, sage ich dann aber noch, gegen Ende des Buches. Ja, und da es ja Bücher zu verlosen gibt, wollte ich eine kleine Aufgabe stellen, weil ich mir kurz vor der Lesung Gedanken darüber gemacht habe, dass eigentlich das Wort lovely auch in meinem Text vorkommt. Jetzt wäre die große Frage, kommt es im ersten, zweiten oder dritten Drittel der Lesung vor? Was geht los? Wimpern aus Gras. Ein Garten. A garden. The voices. Die Stimmen. Today is her tenth birthday. Translated. Heute ist ihr zehntag Geburtstag. Übersetze es. Annas Passbild liegt in Renas Hand wie eine Oblate, nur nicht rund. Die Schnittkanten des Fotos sind scharf, als wäre es eben frisch aus dem Automaten gekommen, aber die Farben sind verblasst und rotstichig. Auf der Rückseite steht ein Datum und ein Kugelschreiberherz, verbunden mit einem Bindestrich und einem Lich. Herzlich für Schwabbelbauch. Von Anna der Ersten und Letzten. Anna und Rena haben sich im Handarbeitsunterricht manchmal gegenseitig das Maßband um die Taillen geschlungen. Anna hat meistens gewonnen. Sie war die Dünnere. Wenn sie in der Schule Kuchen ausgeteilt hat, hat sie selbst nichts davon gegessen. Leave, left, left, lose, lost, lost. Thank you, Anna. Sit down, please. Anna ist tot. Rena hat ihr Foto herausgekramt und betrachtet es. Im Hintergrund ist der blaue Vorhang einer Fotokabine zu sehen. Durch den Rotstich wirkt er violett. Auf dem faltigen Stoff zeichnet sich eine faustgroße Verfärbung ab. Ein dunkler Fleck hinter Annas Kopf. Wo bist du? Anna hat Rena das Foto geschenkt. An den Anlass kann sie sich nicht mehr erinnern. Das Datum auf der Rückseite. Weder Annas Geburtstag, noch ihr eigener. I am happy. I will be happy. I would have been happy. Correct. Korrekt. Englisch ist Annas Lieblingsfach gewesen. Sie ist zweisprachig aufgewachsen. Ihre Mutter war Engländerin. Anna hatte englische Kinderbücher und eine englische Bibel. Zu ihrer Mutter sagte sie Mom oder Ma. Rena fand das viel schöner als Mama. Annas Großmutter wohnte auch mit im Haus. Mit den Kindern sprach sie nur Englisch. Immer wenn Rena bei Anna eingeladen war, hat sie sich ein wenig vor Granny gefürchtet. Sich bloß nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. In Englisch bin ich noch nicht so weit. Auf Shakespeare ist Rena durch Anna gestoßen. Shall I compare thee to a summer's day? In der zwölften Klasse hat Anna ihr ein Shakespeare-Sonett abgeschrieben. Thou art more lovely and more temperate. Das Passfoto zeigt eine junge Frau. Ihre linke Gesichtshälfte ist leicht schräg der Kamera zugewendet, als habe Anna sich exakt an die Anleitung gehalten. Vielleicht hat sie das Foto gebraucht, um ihren ersten Personalausweis zu beantragen. Dem Kuli-Datum zufolge ist sie 16. Rough winds do shake the darling buds of May. Sie war immer die Jüngste in unserer Klasse. My doll's name is Mary. Today I'm wearing my best petticoat. It's handmade. I have invited my best friends. My grandma has baked her best cake. Bake, baked, baked, baked. Wenn Rena und Anna gemeinsam in der Küche zu Gange waren, gab Anna die Befehle. Das Backen hatte sie von ihrer Großmutter gelernt. Wenn der Kuchen aus dem Ofen kam, wollte Rena ihn sofort anschneiden. Anna hatte darauf bestanden zu warten, bis er abgekühlt war, bevor sie ihn probierten. Eat, ate, eaten. And looking up, he saw by his head a cake, cooked on the stones, and a bottle of water. So he ate and drank and went to sleep again. Eine Locke hat sich aus Annas Seitenscheid gelöst und hängt ihr in die Stirn. Die gealterten Farben des Fotos täuschen über die Farbe ihres Haares hinweg. Es war rot-braun. Wie von Kastanien. Rena weiß das so genau, weil sie ihre Haarfarbe immer mit Annas verglichen hat. In einer mühevollen Prozedur hat sie sich ihre Farbe, ihre Haare mehrmals hintereinander mit Henna gefärbt, um den gleichen Rotton zu erzeugen. Annas Haarfarbe ist es nie gewesen. Anna trägt ihr dichtes Haar kurz, aber so, dass es die Ohren fast bedeckt. An ihrem linken Ohr ist ein Ohrring zu sehen. Ein goldener Hänger, an dem ein Kügelchen baumelt. Annas Ohrringe. Ich sehe sie genau vor mir. Selbst beim Schwimmen hat sie sie anbehalten. Annas Gesicht ist oval und läuft in ein schmales Kinn aus. Ihre Nase dagegen könnte man knubbelig nennen. Von Namen betrachtet ist an ihrem Kinn ein Grübchen zu erkennen. Annas Lippen sind leicht geöffnet. Als wollte sie gleich etwas sagen. Sie scheint ihr Spiegelbild etwas zu fragen. Ihre geöffneten Lippen. Der Hauch eines Lächelns. So wie sie mich jetzt anschaut. Zwischen ihre Lippen passt ein Lufthauch. Ein Einatmen. Ein Ausatmen. Der Hauch einer Frage. So long as man can breathe, our eyes can see. So long as this and this gives life to thee. Anna trägt ein rotes T-Shirt mit einem breiten Ausschnitt. Wie auf dem Dekolleté einer Büste bleibt der Blick beim Betrachten des Fotos auf ihrem Hals hängen. Und auf der silbernen Kette, die sie auf ihrer gebräunten Haut trägt. Wenn man genau hinschaut, kann man rechts und links neben der Kette die Spuren eines Bikini-Oberteils erkennen. Seine Träger zeichnen sich als weiße Streifen auf beiden Seiten ihres Schlüsselbeins ab. Es muss Sommer sein. Im Wurzelgrab hausend. Niemand entdeckt mich. In die Kissen gesunken Mitte Juli. Rosa farbene Käfer im Haar. Bald Wimpern aus Gras. Ein ewiger Sommer. Eine langlebige Stille. Wie die Ohrringe hat Anna auch ihre Halskette nie abgelegt. Auch auf einem späteren Foto ist sie gut zu erkennen. Diesmal trägt Anna sie über ihrem Halstuch. Rena legt die beiden Fotos nebeneinander. Da das Passfoto auf der Höhe des Schlüsselbeins abgeschnitten ist, kann man nur die Kette und nicht den dazugehörigen Anhänger sehen. Dass es sich um dieselbe Kette handelt, kann man nur vermuten. Oder man muss wissen, dass Anna ihr Leben lang nur diese eine Kette getragen hat. Ein rundes Medaillon ist daran befestigt. Es zeigt das Bild einer Marienfigur. Anna hat Rena die Kette, die ihre Großmutter ihr zur Kommunion geschenkt hatte, gleich am nächsten Tag gezeigt. Die beschützt mich, hat Anna gesagt. Mit bloßem Auge ist die Madonna, die im Profil abgebildet ist und einen Schleier trägt, nicht zu erkennen. Man muss es wissen. Zwischen dem Passbild und Annas letztem Foto liegen vier Jahre. Trotzdem hat Rena sie sofort erkannt, als sie den wattierten Umschlag mit den amerikanischen Marken aufriss, den ihr Reiko Enkenman vor gut zwei Monaten zugeschickt hatte. Im Gegensatz zu Annas Passbild befindet sich auf dem späteren Foto keine Widmung. Mit blauem Filzstift sind auf der Rückseite Datum und Ort der Aufnahme notiert. Es ist vier Wochen vor Annas Tod. Das kann man nachrechnen. Auf dem Foto sind Mr. und Mrs. Enkenman abgebildet. Im Hintergrund Mauerwerk. Sie sind gerade zu Besuch in der Stadt, in der Anna und Rena aufgewachsen sind. Die beiden sind braun gebrannt. Es ist wieder Sommer. The angel of the Lord came again a second time and touched him and said, Arise, eat, because the journey is too great for you. Reiko Enkenman lacht direkt in die Kamera. Er sieht ein wenig erschöpft aus. Vielleicht hat er gerade das übliche Sightseeing-Programm hinter sich. Anna sieht ihren Mann von der Seite an. Mit einem Blick, mit dem man jemanden anschaut, den man sehr gut kennt. Das Grübchen an ihrem Kinn ist ausgeprägter als früher. Die kastanienbraunen Locken trägt sie jetzt schulterlang, was ihr Gesicht länglicher erscheinen lässt. Sie hatte Ringe unter den Augen. Ihre Schultern kommen Rena noch schmaler vor als auf dem Passfoto. Kein Zweifel, Anna ist dünner geworden. Früher hätte ich mit dem Maßband nachgemessen. Während ihr Mann das hellblaue Hemd offen trägt, ist Anna eher elegant gekleidet. Das graumelierte Halstuch und die Seidenbluse lassen sie älter wirken, als sie ist. Rena rechnet nach. Anna war ein Jahr jünger als sie, also muss sie auf dem Foto 20 sein. Über Annas Schulter hängt der Riemen einer Handtasche, der in ihre weiße Bluse schneidet. Anna wirkt auf Rena so zart wie eine Feder. Rena hat die beiden damals nicht getroffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Anna den Kontakt zu ihr bereits abgebrochen. Anna sieht glücklich aus einen Monat vor ihrem Tod. Ich bin kein Detektiv. Vor welcher Mauer das Bild aufgenommen wurde, weiß man nur, wenn man sich auskennt. Das Foto zeigt das Ehepaar Enkelmann vor dem Heidelberger Schloss. Auch das hat Raiko Enkelmann für Rena auf der Rückseite des Fotos vermerkt. Anfang des Jahres hatte er sich völlig unerwartet bei ihr gemeldet, um ihr den Tod seiner Frau mitzuteilen. Als Rena den sandfarbenen Umschlag in den Händen hielt, fiel ihr Blick auf das Heer von Briefmarken. Zehn Marken mit blau-rot-weißem Sternenbanner klebten dort in akkurater Zweierreihe. Die Handschrift war Rena unbekannt. Absender war ein Dr. R. Enkelmann, 4734 Spellman Road, Houston, Texas, 77035. Rena hat damals sofort nachgeschlagen. Houston liegt nicht weit vom Golf von Mexiko, ist die größte Stadt in Texas und die viertgrößte in den USA. Die Todesanzeige hatte Rena zuerst übersehen. Sie steckte zwischen den ersten beiden Seiten eines Büchleins, das sich neben dem Heidelberg-Foto im Umschlag befand. Das Büchlein kam Rena gleich bekannt vor. Sein Einband aus buntem Seidenstoff glänzte matt, obwohl er bereits zerschlissen war. Der Stoff war mit chinesischen Motiven bedruckt. Ein Mann in purpurfarbenem Gewand stand in einer Dschunke und angelte. Eine mintgrün gekleidete Frau schöpfte Wasser aus einem Brunnen. Neben ihr ein zottiger Wasserbüffel. Der Einband des Buches war auf der Rückseite mit einer Schlaufe versehen, die auf der Vorderseite in ein kleines metallenes Schloss auslief. Das Schloss war aufgebrochen worden. Auf ihren Wunsch hin hatte Rena Anna ein Tagebuch geschenkt. Wie lange das her war, konnte Rena anhand der Widmung leicht feststellen. In runder Mädchenschrift hatte sie diese auf die erste Seite des Büchleins geschrieben, ja fast gemalt. Die Widmung kennt sie mittlerweile auswendig. Für Anna. Zu deinem zehnten Geburtstag. Damit du noch viele Schandtaten von Monsieur Lapeur aufschreiben kannst. Deine Rena. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das war Annas erster Eintrag. Warum hat sie diesen Satz notiert? Jeden Nachmittag geht Anna ins Schwimmbad. Im Wasser sein. In der Sonne braten. Am liebsten gleich vom Mittagstisch aufspringen. Vorher muss sie noch zu Granny Hausaufgaben vorzeigen. Manchmal guckt Granny nicht so genau. Dann zeigt Anna ihr die von gestern. Wenn sie im Bergbad ankommt, springt sie als erstes vom Dreier. Sie würde gern mal vom Zehner springen. Aber hier gibt es leider keinen Zehner. Rauf auf den Turm. Den Fuß auf das Sprungbrett aufsetzen. Einen Schritt in die Luft machen und sich fallen lassen. Mit dem Kopf zuerst. Die Luft anhalten, ins Wasser eintauchen. Möglichst lang unten bleiben. Bis die Ohren dröhnen. Dann auftauchen, Wasser auspusten, die Luft einsaugen. Es kribbelt überall. Sich an der Sonne trocknen lassen. Die Sonne frisst meine Haut. Warum hat ihr Annas Mann das Tagebuch zugeschickt? Weil sie es Anna geschenkt hatte und er es ihr nach Annas Tod zurückgeben wollte? Die ersten Einträge sind auf Deutsch. Vielleicht hat er damit nichts anfangen können. Ungefähr ab der Hälfte nehmen die englischen Eintragungen zu. Hin und wieder stehen beide Sprachen nebeneinander. Sollte Anna die englischen Sätze erst in den USA notiert haben? Hatte sie begonnen, auf Englisch zu schreiben, nachdem sie diesem Amerikaner begegnet war? Sätze in verschiedenen Sprachen. Wie Vokabeln. Jetzt werde ich doch zum Detektiv. Als Rena das Büchlein aus dem Umschlag zog, leuchtete auf seinem Einband ein gelber Klebezettel. In einer ausladenden Handschrift stand dort. Perhaps you will remember this. I came across this diary after Ann's death. There are some beautiful poems copied in it. Best regards, Reiko Enkelmann. Als Rena das Tagebuch aufschlug, rutschte ihr die Todesanzeige entgegen. Eine schwarz umrandete Klappkarte. Warum hatte Annas Mann sie dort hineingelegt? Rena fuhr mit dem Zeigefinger über den festen geriffelten Karton. Hätte sie überhaupt etwas von Annas Tod erfahren, wenn ihr Mann das Tagebuch nicht gefunden hätte? Anna hatte es eigentlich nicht als Tagebuch benutzt, sondern eher als Poesiealbum. Zwar war das Büchlein bis auf das letzte Drittel mit Text gefüllt, die Einträge waren aber nicht datiert. Immer nur kurze Sätze hatte sie geschrieben, keine zusammenhängenden Gedichte. Manchmal nur einzelne Wörter. Annas gestochen scharfe Schrift hätte Rena unter Tausenden erkannt. Die Schreibfeder ihres Füllers war so spitz wie eine Nadel. Für ihre Stifte benutzte sie immer eine längliche, silbrig-schimmernde Blechdose, in der ihr Vater früher seine Zigarillos aufbewahrt hatte. Anna war in solchen Dingen sehr beharrlich. Ihre ganze Schulzeit über hat sie Füller derselben Marke benutzt. Und die ewig gleichen blauen Tintenpatronen. Rena holt Annas Tagebuch aus der Versandtasche, wo sie es immer aufbewahrt. Zwischen den ersten beiden Seiten zieht sie die Klappkarte hervor. Jedes Mal, wenn sie sie angeschaut hat, steckt sie sie wieder an denselben Ort zurück. Obwohl schon zweieinhalb Monate vergangen sind, hat sie immer noch nicht auf die Todesanzeige geantwortet. Sie platziert sie neben den Fotos auf dem Tisch. Daneben legt sie ein Blatt Papier und versieht es mit dem heutigen Datum. 22. März 1999 Die Klappkarte ist doppelseitig bedruckt. Auf der Innenseite steht folgender Text. Anna Maria Enkelmann, geborene Kern, 9. Juni 1978 bis 12. Juli 1998, verstarb im blühenden Alter von 20 Jahren. Much Loved and Sadly Missed By Dann folgt eine Liste von Namen. Don't touch, don't approach. Rena lässt das Datum des Todestages immer wieder durch ihr Gehirn rattern. Sogar in ihrem Taschenkalender hat sie nachgeschaut. Keine Ahnung, wie sie den 12. Juli letzten Jahres verbracht hat. Im ganzen Juli kaum Termine. Typisch Sommer, viel Platz. Auf weißem Papier. I am with you always, even to the end of the world. Jedes Mal, wenn Rena sich hinsetzt, um Annas Mann ihr Beileid auszudrücken, fällt es ihr schwer, die richtigen Worte zu finden. Auf der Vorderseite der Klappkarte ist die Silhouette eines Engels abgebildet. Unter den weiten, auseinanderfallenden Ärmeln seines Gewandes sind zwei Hände zu erkennen, die nicht gefaltet, aber in Gebetshaltung flach aneinandergelegt sind. Die Fingerspitzen weisen nach oben. Sein Gewand läuft in eine Schleppe aus. Die Beine des Engels sind gebeugt, sodass unklar ist, ob er auf dem Boden kniet oder kniend in der Luft schwebt. Der Engel neigt den Kopf zur Seite. Rechts und links wachsen Flügel aus seinen Schulterblättern. Seine langen Haare verleihen ihm ein weibliches Aussehen. Unter der Abbildung steht Annas Name. Und darunter in geschnörkelter Schrift Angels do not stay long with us. Jedes Mal stolpert Rena über diesen Satz. Engel sind nie lange unter uns. Den Brief an Reiko Enkelmann verschiebt sie auf morgen. Ein Garten Die Stimmen Something has happened Zerquetschen, Zerdrücken, Zerschlagen, Zerbrechen, Zerbeißen, Zerkratzen, Zerschmettern, Zerschneiden, Zertrümmern. Ich will es mir nicht vorstellen. To crush, to squash, to smash, to break, to chew, to scratch, to burst, to cut, to wreck. Ich erfinde dir eine Geschichte. Happy Birthday to you. Und ne bunte Kuh dazu. Happy Birthday, dear Anna. Happy Birthday to you. Anfang Juni kann man schon längst draußen sitzen. Annas Geburtstagskuchen wird im Garten serviert. Anna hat zehn Mädchen eingeladen. Auch ihr Bruder darf mitfeiern. Ihre Puppe Mary sitzt am Kopfende der Tafel auf der Tischdecke und hat einen kleinen Teller vor sich. Alle Freundinnen beneiden Anna ob Grannys Backkünste. Wie jedes Jahr freuen sie sich auf ihren Apple Pie. Als er aufgetragen wird, geht ein Raunen durch die kleine Schar. A garden, the voices, the closer you get, the more they fade. Ja, das war das erste Kapitel meines Romans. Jetzt machen wir einen sehr großen Sprung. Fast an den Schluss des Buches, aber nicht ganz an den Schluss. Wie jeden Donnerstag hatte Raiko Anna in die Uni mitgenommen. Sie wollte immer noch keinen Führerschein machen. It would be better if you got your driver's license, Angel. Anna überhörte das. Nachher würden sie sich auf dem Parkplatz treffen und Raiko würde sie wieder mit nach Hause nehmen. Wie praktisch das war. Anna betrat das Department of Anthropology, zu dem das Archäologische Institut gehörte. Wie immer ging sie zuerst zum schwarzen Brett mit den Announcements. Es gab Neuigkeiten. Dr. Kelber, ein Bekannter von Raiko, war offensichtlich krank. Seine Seminare würden ausfallen. Anna schlenderte darauf über den Campus bis zu Raikos Büro im Medical Center. Aber die Sekretärin teilte ihr mit, dass Raiko an diesem Vormittag Nachprüfungen abhalte und in keinem Fall gestört werden dürfe. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Das sei vier Wochen nach Trimesterbeginn immer so. Vor Raikos Zimmer saßen mehrere Studentinnen. Was wollen die alle von ihm? Um die Wartezeit zu überbrücken, ging Anna über den Campus zurück zum Haupthaus. Rice gefiel ihr. Der gepflegte Rasen, die Institutsgebäude im viktorianischen Stil. Sie hätte sich ins Gras setzen können. So warm war es hier Mitte September. Einige Studentinnen hatten ihre Jacken und Taschen ausgebreitet und lagen einzeln oder in Grüppchen auf der Wiese. Haben die denn vormittags keine Classes? Die meisten ihrer Kommilitoninnen wohnten auf dem Campus. Anna hatte nichts mit ihnen zu tun. Sie führte ein anderes Leben. Die meisten Sätze im hinteren Drittel ihres Tagebuchs hat Anna auf Englisch geschrieben. In ihrem Tagebuch zu lesen, kommt Rena so vor, wie das Blechdosenspiel, das sie früher beide gespielt hatten. Anna hatte die längliche Blechdose geleert, der sie ihre Stifte aufbewahrte und darin einen bestimmten Gegenstand versteckt. Rena durfte die Dose nicht öffnen. Anhand der Geräusche, die er beim Schütteln der Dose machte, musste sie erraten, was für ein Gegenstand es war. Annas Sätze sind verschlossen. Ich kann sie nur von außen betrachten. Rena hätte nicht gedacht, dass ihr so etwas passieren würde. Bis eben hatte sie mit Micha noch in einer Bar gesessen. Irgendwann war es dann zu spät, um nach Hause zu fahren. Micha hatte die Idee, zum Neckar hinunterzugehen. Er wollte sich das Hochwasser ansehen. Rena stellte sich neben ihn und sah den Schwänen beim Schlafen zu. Mit dem Kopf unterm Flügel schaukelten sie in Ufernähe wie kleine Boote. Als sie sich mit Micha im Altstadtcafé getroffen hatte, war es Nachmittag gewesen. Er war mit einer gletscherblauen Vespa vorgefahren, die er vor dem Café aufbockte. Rena hatte ihn erst erkannt, als er seinen Helm absetzte. Anna verließ den Campus, um einen Abstecher in Rikos Lieblingsbuchhandlung zu machen, die in unmittelbarer Nähe der Uni lag. Raiko hatte ihr Brazos Bookstore gleich am Tag ihrer Immatrikulation gezeigt. Dort angekommen, stöberte sie in den Regalen. Sie suchte ein Geschenk für Raiko. Er hatte ihr zwar erklärt, dass Geschenke an Thanksgiving eher unüblich wären, aber Anna wollte ihm unbedingt etwas schenken. Raiko hatte ihr den einen Wunsch ins Ohr geflüstert, den sie schon kannte. Ein Baby kann ich doch nicht kaufen! Dann verrate ich dir meinen Zweitgrößten. Er hatte sich eine zweisprachige Ausgabe mit deutscher Lyrik gewünscht, am liebsten von einer Autorin. Anna flanierte an den Buchrücken im Regal mit der Aufschrift German Literature vorbei. Da gab es allerdings kaum Auswahl. Goethe war natürlich vorrätig und Heine. Sie würde nachfragen müssen. An manchen Tagen hatte sie einfach keine Lust, andere Leute anzusprechen. Aber mit den Tabletten ging es. Als Raikos Ehefrau kannte der Buchhändler sie mittlerweile. German Literature by Women? Aus einem Stapel von Neuerscheinungen kramte er ein Buch hervor. Three Paths to the Lake Stories of Ingeborg Bachmann Portico Paperback Series 1997 Nicht ganz das Richtige. Vielleicht könnte er ein Lyrikband von ihr bestellen. Songs in Flight Lieder auf der Flucht Langsam wurde es hell. Trotzdem waren die blinkenden Lichter auf dem Königsstuhl noch deutlich zu erkennen. Der Geruch von frischem Brot lag in der Luft. Rena wollte mich ja nicht zu sich nach Hause mitnehmen. So viel war klar. Ulrike würde das bestimmt nicht stören. Sie hatte selbst oft Männerbesuch. Rena und Ulrike nannten das sich verdoppeln. Meistens konnte Rena schon an den Schuhpaaren vor der Tür abzählen, ob Ulrike sich diese Nacht wieder verdoppelt hatte. Für Ulrike wäre es also kein Problem. Aber Rena wollte nicht, dass sie alles von ihr mitbekam. Deshalb war sie erleichtert, als Micha vorschlug, sie könnten bei ihm zu Hause noch einen Espresso trinken. Jetzt, wo der Tag doch schon angebrochen sei. Einen zweiten Helm hatte Micha nicht. Er überließ ihr seinen. Ganz der Kavalier. Rena schwang sich umständlich auf den Rücksitz. Als Micha mit einem Ruck anfuhr, schlang sie ihre Arme um seine Hüfte. Sein lederner Nierengurt drückte gegen ihren Bauch. Nach 15 Minuten Fahrt hielten sie vor ein Mehrfamilienhaus aus den 50ern. Rena stieg ab. Micha packte die Vespa und stemmte die verschrammte Haustür mit der Schulter auf. Über dem Eingang einer Wohnung im Erdgeschoss baumelte ein Schild mit der Aufschrift Kehrwoche. Auf dem dritten Treppenabsatz machte Micha Halt und durchsuchte seine Hosentaschen nach dem Wohnungsschlüssel. Es klimperte in jeder seiner Taschen. Er schien mehrere Schlüssel mit sich herumzutragen. Rena las Michas Namen auf dem handgeschriebenen Klingelschild. Zwei weitere Personen gleichen Nachnamens waren dort verzeichnet. Immer ist schon jemand vor mir da gewesen. Micha hielt Rena die Tür auf und ließ ihr den Vortritt. Als sie die Wohnung betrat, wäre sie beinahe über eine Barbie-Puppe gestolpert, die auf dem Teppich lag. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Außer einem Röckchen aus Leopardenstoff war die Puppe nackt. Am Wochenende ist Lilly immer bei ihrer Mutter. Micha warf seinen Helm auf den Stuhl neben der Garderobe. Seit der Trennung wechseln Nina und ich uns ab. Rena starrte auf die Barbie, die selbst im Liegen ihren Plastikbusen nach vorne stemmte. Anna presste ihre Stirn gegen die Scheibe. Eben war Reiko in die Uni aufgebrochen. Am 11. Januar hatte das Spring Term angefangen. In Deutschland waren sie jetzt noch mitten im Wintersemester. Was Rena wohl gerade macht? Auf meinen letzten Brief hat sie nicht geantwortet. Anna riss sich vom Anblick des Gartens los. Ich bin müde. Wenn wir beide gesund sind, wie Reikos Kollege sagt, warum klappt es dann nicht mit einem Kind? Vielleicht sind seine Messergebnisse falsch. Oder es gibt dafür keine genaue Erklärung. Auf der Scheibe war ein feuchter Abdruck ihrer Stirn entstanden. Deine beste Zeit ist vorbei. Vielleicht sollte sie sich mehr dem Garten widmen. Braun, grün und ein wenig rot. Die vorherrschenden Farben. Der Oleander bekam gerade Knospen. Das Mandelbäumchen hatte schon ausgeschlagen. Rot und Erdfarben das Land. Blank gewaschen. Alles Kupfer wird grün mit den Jahren. Und das Fischauge unter der Schlafhaut ist blau. Schließt sich nun ganz. Schaut nach innen. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Wann hat Anna diesen Satz in ihr Tagebuch geschrieben? Rena versucht sich vorzustellen, was damals passiert ist. Schade, dass sie Anna das nicht mehr fragen kann. Von sich aus hat sie ja nie etwas erzählt. Heute würde sie vielleicht darüber sprechen. Was war damals eigentlich los? Würde sie Anna jetzt gerne fragen. Rena hätte sich von Micha nicht zu dem Zoobesuch überreden lassen sollen. Vielleicht wäre dann alles ganz anders gelaufen. Es war verabredet, dass sie danach zu dritt bei Micha und Lilly zu Abend essen würden. Dann säen sie weiter. Wenn alles gut klappte, könnte man über eine Übernachtung nachdenken. Micha hatte das vorher mit Nina besprochen. Sie war einverstanden gewesen. Aus Renas Sicht hatte alles gut geklappt. Nach dem Zoo und der Zuckerwatte durfte Lilly noch einmal auf den automatischen Elefanten am Ausgang reiten. Diesmal spendierte Rena ihr die Runde. Der Elefant machte ruckartige Bewegungen, zu denen sich Lilly im Sattel hin und her warf. Du bist ja eine richtige Elefantenbändigerin. Micha schoss Fotos von ihr. Damit Mama sieht, wie gut du reiten kannst. Als die Runde zu Ende war, lehnte sich Lilly über den Elefantenrüssel und wollte gar nicht mehr absteigen. Micha hob sie vom Sattel. Dann fuhren sie nach Hause. Micha mit Lilly auf dem Motorrad und Rena mit dem Rad nebenher. Sie machten ein kleines Wettrennen. Zu Hause gab es Nudelauflauf. Micha werkelte in der Küche herum und Rena bewunderte Lillys Puppenschule. Die Barbie war natürlich die Lehrerin. Außer dem Röckchen aus Leopardenstoff trug sie einen selbstgeschneiderten roten Plastikumhang. Hat meine Mama gemacht, sagte Lilly stolz. Dann war das Essen fertig. Für Lilly gab es Sprite, für Micha und Rena Bier. Sie hatten ihr versprochen, vor dem ins Bett gehen noch eine Runde Memory zu spielen. In Michas Zimmer legte Lilly die Kärtchen in krummen Reihen auf dem Boden aus, während sich Micha und Rena in der Küche küssten. Fertig, rief Lilly. Sie setzten sich auf den Teppich. Lilly hatte schon ein Pärchen aufgedeckt. Micha und Rena ließen sie gewinnen. Lilly stapelte alle Karten zu einem Turm. Ich will noch weiter spielen, sie rannte im Kreis um den Kartenstapel herum. Jetzt ist Schluss, meine Süße. Micha fing sie ein. Sag Rena gute Nacht. Er nahm Lilly auf den Arm und trug sie an Rena vorbei in ihr Kinderzimmer. Lillys Frottee-Schlafanzug roch frisch gewaschen. Hat Nina ihm den Schlafanzug mitgegeben oder wie schafft er das alles? Hinter der Tür wurde es laut. Ich will aber bei dir schlafen. Das geht heute nicht. Warum nicht? Lilly, protestierte Lilly. Versuch es doch mal hier. Nein. Also gut. Micha trug sie wieder in sein Zimmer zurück. Lilly ließ sich aus seinen Armen auf das Bett gleiten und sprang auf der Matratze herum. Micha schüttelte das Kopfkissen aus und Lilly kroch unter die Decke. Nachts trage ich dich dann aber rüber. Nein. Lilly richtete sich auf. Ihre Locken standen von ihrem Kopf ab wie kleine Hörner. Ihre Augen glänzten. Du sollst weggehen. Sie zeigte auf Rena. Lilly. Micha wurde streng. Rena und ich gehen jetzt in dein Zimmer und du versuchst hier einzuschlafen. Nachher trage ich dich dann in dein Bett. Die Tür muss aber offen bleiben. Micha beugte sich über seine Tochter und umarmte sie. Und jetzt schön schlafen. Rena nahm ihr Bier und verließ den Raum. Im Kinderzimmer setzte sie sich auf den Wettvorleger neben die Barbie. Micha kam mit einem neuen Bier zur Tür rein. Was hat sie denn? Lilly ist es nicht gewöhnt, alleine einzuschlafen. Micha ließ sich neben Rena auf dem Teppich nieder. Sie ist doch schon fünf. Wenn du das nicht aushältst, Micha nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche, wird es nichts mit uns beiden. So klein ist sie nun auch nicht mehr. Du verstehst einfach nicht, wie es ist, wenn man ein Kind hat. Micha hatte die Stimme erhoben. Dass Lilly nicht alleine einschlafen kann, kommt doch nur daher, dass ihr euch getrennt habt. Micha setzte seine Bierflasche ab. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen. Das tat Rena dann auch. Anna lag wach, seit Reiko um fünf Uhr das Haus verlassen hatte, um pünktlich am Flughafen zu sein. Sie zwang sich aufzustehen, obwohl sie noch müde war. Weil sie morgens so schlecht aus dem Bett kam, hatte Reiko ihr verordnet, jeden Morgen um sieben im Pool ein paar Wannen zu schwimmen. Sie wollte diese Abmachung einhalten. Das Thermometer stand schon auf 17 Grad. Ende Juni. Ein heißer Morgen in Texas. Reiko hatte extra ein Thermometer gekauft, auf dem die Temperatur nicht nur in Fahrenheit angezeigt wurde, sondern auch in Celsius. Nachher würde sie bei der Fluggesellschaft anrufen, um sich zu versichern, dass er gut gelandet war. Vorher aber würde sie schwimmen gehen. Anna öffnete die Terrassentür. Erste Vögel, schon so früh, so warm. Derselbe Breitengrad wie Tunesien, hatte Reiko ihr erklärt. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Auf der Fernsehantenne des Nachbarn wieder eine Wanderdrosse. Es wurde hell. Man kann sich nicht dagegen stemmen. Der Himmel dehnt sich ins Blaue. Ein Mund, ein Rachen, aufgesperrt, verschlungen werden. Deine Zeit ist um. Rena trägt sich den Termin des Treffens mit Reiko in den Kalender ein. 9. Juni. Was genau will Reiko eigentlich von mir wissen? Oder möchte er mir etwas über Anna erzählen? Und wie wird er mir ihren Tod erklären? In Annas Tagebuch hat sie bisher jedenfalls keine Erklärung dafür finden können. So viel ist klar. Anna betrat den Rasen, sich ins Wasser legen, sich ins Gras legen und einschlafen. Sie hielt ihren Fuß ins Wasser. Dann setzte sie sich auf den gefließten Beckenrand und tauchte die Beine hinein. Es ist gar nicht kalt. Sie stieß sich ab und ließ sich ins Wasser gleiten. Einfach ab und ließ sich auf den Rücken und paddelte mit den Füßen, um sich über Wasser zu halten. Der Himmel, helles, milchiges Blau, wie damals in Ponza. Es wird nie wieder so schön. Den Himmel immer im Blick behalten. Zu den Wolken aufschauen. Den Himmel aufkratzen. Ihn aufreißen. Mit bloßen Händen. Ist da jemand? Der 9. Juni ist ein nieseliger Tag. Rena sitzt im Zug nach Frankfurt. Zum Glück hat sie ihr Regencape eingesteckt. Und ein englisches Wörterbuch. Für den Fall, dass sie sich nicht richtig verständlich machen kann. Sie schlägt nach. Nieseln. To drizzle. Außerdem hat sie ihre grüne Mappe mitgenommen. Vielleicht möchte Raiko einen Blick auf die Briefe werfen, die sie von Anna besitzt. Ich weiß noch immer nicht, wie gut er Deutsch spricht. Wahrscheinlich muss sie ihm übersetzen, was Anna geschrieben hat. In der Mappe liegt auch Annas Liebesbrief, den ihr Raiko zugesandt hatte. Ich muss ihn Raiko zurückgeben. Schließlich hat sie ihn nicht an mich geschickt. Rena hätte ihn nicht lesen dürfen. You give me the greatest possible happiness. Raiko hat ihr damit nichts bewiesen. Was heißt schon Glück? Und was bedeutete es für Anna? In Frankfurt angekommen, nimmt Rena die S-Bahn bis Ostendstraße. Sie geht eine wenig belebte Straße mit 50er-Jahre-Bauten entlang und biegt in den nächsten Straßenzug ein. Auch hier Nachkriegsbauten, kaum grün. Die mehrstöckige Fassade des Steigenberger Hotels erkennt sie schon von Weitem. Dass die in Frankfurt aus einem Haus immer gleich ein Hochhaus machen müssen. Rena geht auf die Treppe zu, die zum Eingang führt. Kaum hat sie die erste Stufe betreten, schnellt die Schiebetür auseinander. Ob Raiko mich drinnen bereits erwartet? Wie er wohl aussieht. Bisher kenne ich ihn ja nur vom Telefon. Rena hat Annas und Raikos Hochzeitsfoto zu Hause extra noch einmal angeschaut und sich sein Gesicht eingeprägt. Vom Foto her müsste sie ihn eigentlich erkennen. Es ist nur zwei Jahre alt. Aber Schmerz kann einen verändern. Ob man von der Stimme auf das Aussehen eines Menschen schließen kann? Gleich werde ich ihm gegenüberstehen. Ich werde ihn an der Stimme erkennen. Rena betritt das Foyer. Ihr Atem geht schneller. Mache ich hier etwas Unerlaubtes? Raiko steht vor dem Spiegelschrank seines Hotelzimmers und fährt sich mit der Hand durch die Haare. Er hat sich für ein weißes Hemd und Jeans entschieden. Seriös, aber jugendlich aussehen. Jetzt, wo die Begegnung mit Renate kurz bevorsteht, ist er doch aufgeregt. Das Aftershave probiert er heute zum ersten Mal. Er geht vor dem Spiegel auf und ab wie vor einem Rendezvous. Gleich ist es soweit. Eine Frau zu treffen, die Anne gekannt hat, fühlt sich so an, als würde er in wenigen Minuten selbst gegenüberstehen. Ob sie die Erinnerung an Anne wirklich in sich trägt? Anne als Kind, Anne als Schülerin, ob Renate sie in sich aufbewahrt hat? Wie in einer dieser russischen Holzpuppen. Das kleinste Figürchen, das ganz innen sitzt. Renate betritt die Eingangshalle. Das Foyer ist weitläufig. Überall Spiegel und schwere Bordeaux-farbene Ledersessel, die zu Sitzgruppen arrangiert sind. Von Reiko keine Spur. Renate geht auf den Empfangstresen zu, um sich anzumelden. Reiko fährt im Fahrstuhl nach unten. Schweißnasse Achseln schon jetzt. Bis eben hätte er das Treffen noch absagen können, aber nun kann er es nicht mehr verhindern. Als er aus dem Fahrstuhl tritt, sieht er eine junge Frau am Empfangstresen stehen. Anne, bist du da? Während Rena dem Hotelier gerade erklärt, auf wen sie wartet, öffnet sich die Fahrstuhltür. Das muss Reiko Enkelmann sein. Sein Gesicht wirkt älter als auf dem Foto. Trotz allem, ein gutaussehender Mann. Reiko geht auf Rena zu. Der Duft seines Aftershaves dringt ihr entgegen. Hello, Renate. Reiko gibt ihr die Hand. Warum ist seine Hand nass? Oder bin ich es, die schwitzt? How was your flight? stammelt Rena. Reiko zeigt in Richtung Ausgang. Let's go out for a walk. Rena muss die englischen Wörter in ihrem Kopf mühsam zusammenkratzen. I would have suggested the same. Kann man das so sagen? Am besten abwarten und so wenig reden wie möglich. Reiko händigt dem Hotelier seinen Schlüssel aus. Er geht auf direkten Wege zur Schiebetür, berührt Renate leicht an der Schulter und lässt ihr den Vortritt. Er hat sie sich anders vorgestellt. Sie sieht wirklich ganz und gar nicht aus wie Anne. Vom Hotel aus sind es wenige Minuten zum Main. Reiko hat nicht viel Zeit zu verlieren. Er brennt darauf, Renates Geschichten zu hören. Ich muss alles wissen. Rena hat Mühe, mit Reiko Schritt zu halten. Wo will er eigentlich hin? Sie betrachtet ihn von der Seite. Er sieht wirklich extrem gut aus. Es ist doch nicht verboten, das zu denken. Sie überqueren eine mehrspurige Straße mit dem Namen Schöne Aussicht. Rena würde gerne einen Witz darüber machen, aber auf Englisch. In einer fremden Sprache Witze machen zu können, ist die höchste Kunst. Reiko zeigt auf eine Treppe, die hinunter zum Ufer führt. Rena kommt der Main breiter vor als der Neckar. Soll sie Reiko darauf ansprechen? Schließlich müsste er sich in Heidelberg auskennen. Heidelberg. Etwas, das sie alle drei miteinander verbindet. Wie oft ist Reiko wohl bei Annas Eltern zu Besuch gewesen? Rena setzt zu einer Frage an. Reiko deutet auf eine Bank. Let's take a break. Rena zögert, sie wäre gern noch ein wenig gelaufen. Reiko lässt sich auf der Bank nieder. Rena setzt sich neben ihn. Sein Aftershave steigt ihr jetzt besonders intensiv in die Nase. Ein Duft, den sie nicht kennt. Micha hat kein Parfum benutzt. Reiko riecht nach Gletscher, eisig und frisch. Ihm nicht zu nahe kommen. An der hölzernen Lehne ist ein kleines Messingschild angebracht. Den Frankfurter Bürgern, gestiftet von der Deutschen Bank. Rena würde am liebsten sofort wieder aufstehen. Sie übersetzt Reiko die Inschrift. Er scheint sich nicht daran zu stören. Renate, hast du den Brief dabei, den mir Ann nach Riga geschickt hat? Rena holt die grüne Mappe aus ihrem Rucksack und zieht Annas Brief hervor. Sie legt ihn in Renas Hand wie einen toten Schmetterling. Reiko steckt ihn ein. Ohne zu zögern, greift er in die Brusttasche seines Hemdes und holt einen weißen Umschlag heraus. Ob Renate das versteht? I have to show you something. Annas Schrift. Schon wieder ein Liebesbrief? Das hier ist doch kein Indizienprozess. Reiko reicht Rena den Brief. Ernst, farewell note. Ich habe eine Übersetzung davon anfertigen lassen. Annas Abschiedsbrief. Renas Herz fängt an zu rasen. Ja, hier mache ich jetzt mal Schluss. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt gibt es hier Fragen, also vielleicht am Tisch, aber vielleicht auch hier im Netz. Muss ich jetzt mal gucken, wie das irgendwie hier geht. Ja, da sind ja sehr viele Fragen. Also ich werde jetzt mal gleich hier, dann picke ich mir was raus. Da steht, fragt jemand, da steht allerdings kein Name. Wie gefällt Ihnen selbst das Cover Ihres Buches? Hatten Sie mit Spracherecht bei der Gestaltung? Da kann ich nur sagen, mir gefällt das Buch sehr gut und ich hatte Mitspracherecht. Deswegen bin ich auch ganz eins mit dem Buch, weil ich das von einer italienischen Fotokünstlerin, hatte ich mal eine Karte in die Hand gedrückt bekommen. Die habe ich dann auf meinem Schreibtisch aufgestellt, während ich geschrieben habe und habe irgendwie gedacht, das passt zu dem Buch, weil an einer Stelle heißt es mal, ich kann sie nur von hinten sehen. Sie dreht sich nicht um. Ich kann sozusagen, Lena kann nicht das Gesicht sehen. Und das ist ja eigentlich hier auch ausgedrückt. Das hat mich dann überzeugt und der Verlag hat das dann auch netterweise gebilligt. So, jetzt ist mal die Frage, ob jemand das rausgefunden hat mit den Lovely. Ganz am Anfang? Okay. Ich kann ja immer nur mit Maus umgehen. Gut. Hier steht es. Das war es. Da war es. Ich habe es gehört. Und dann noch in einem Shakespeare so nett. Ja, das stimmt. Also, war relativ am Anfang. Jetzt weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird mit der Verlosung, wer das jetzt dann kriegt. Aber es ist auf jeden Fall deutlich zugehört worden. Ja, ich frage vielleicht auch mal die Runde. Vielleicht gibt es da auch ein paar Fragen. Erst überlegen. Gut. Dann gucke ich noch mal. Ja, hier steht, haben Sie eine bestimmte Beziehung zu den USA oder der englischen Sprache? Also, ich war ja erst ein einziges Mal überhaupt in den USA. Das war in die liebsten 80er Jahren. Das fand ich super. Ich konnte noch nie so gut Englisch wie zu dem Zeitpunkt. Und allerdings ist es jetzt auch quasi meine erste Fremdsprache gewesen. Und deswegen habe ich zu dieser Sprache gegriffen. Ich finde das sehr interessant eigentlich als Fremdkörper, das einzumixen in einen Text, weil es einfach Aspekte gibt, also sowohl klangliche als auch inhaltliche, die eben so eine verfremdende Wirkung haben. Und hier geht es ja auch um die Frage, ja, wie durchdringen sich Welten? Also, die Sprache soll auch eine andere Welt bedeuten, die Welt des Anderen. Und das ist gleichzeitig eine Welt, die sozusagen eine Verheißung in sich birgt, diese Welt irgendwie zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen. Andererseits auch natürlich eine Gefahr, ob sozusagen dort Verständnis überhaupt liegen kann. Es gibt natürlich auch, wenn Paten die gleiche Muttersprache sprechen, aber da kann ich das irgendwie besonders gut deutlich machen. Also, ja, so, was gibt es noch? Hier steht erstmal Kompliment für mein T-Shirt. Herzlichen Dank. Und welche Bücher ich denn gerne lese und welche Fruchttipps ich für den Sommer habe. Also, was ich gerade gelesen habe, was ich super toll fand, ich lese sehr gerne Krimis. Und das ist Linus Reichlin, Die Sehnsucht der Atome. Das ist sein erstes Buch. Das zweite, habe ich gerade vergessen, wie das heißt, werde ich mir unbedingt ausleihen. Und das neueste heißt, glaube ich, einfach nur Er. Das gibt es dann nur gebunden. Also, den habe ich jetzt gerade für mich entdeckt. Und ein anderes ganz, ganz toller Autor, der schreibt eigentlich auch Kinderbücher, ist Zoran Trenka. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt You oder Du. Und das neueste heißt, oder nee, dann gibt es noch eins, das war vielleicht vorher, Du bist zu schnell, heißt das. Das liegt bei mir jetzt gerade auf dem Nachttisch. So, hier wird gefragt, was ist die, mit der Literaturoffensive auf sich hat. Das war, oder ist, das gibt es übrigens noch, eine Gruppe im süddeutschen Raum, die, ja, haben sich getroffen als Studis und haben sich gegenseitig Texte vorgelesen und sich dann auch irgendwie kritisiert, so werkstattgesprächsmäßig. Das war teilweise nicht leicht. Und ich habe die quasi mitgegründet, das war schon sehr, sehr lange her. Ja, das gibt es bestimmt auch in München. Und es ist manchmal nicht so einfach, wenn Autoren sich gegenseitig zu kritisieren versuchen, weil es nicht leicht ist, zu den richtigen, ja, die Kriterien, die man selber eigentlich hat, sich die irgendwie klarzumachen, die zu reflektieren und die dann transparent zu machen. Das ist quasi für mich immer sehr wichtig, dass ich jetzt weiß, dass irgendwie jemand, der mein Buch kritisiert, dass dessen Kriterien eigentlich auch meine sind, weil dann trifft es natürlich zu. Und wenn ich denke, naja, ich wollte ja gar nicht das und das machen, dann ist es sozusagen erstmal ein bisschen, ja, so aus dem Angeln gehoben für mich. Gut, gibt es vielleicht jetzt noch Fragen von den Live-Zuhörern? Ich hätte gerne Schluss gehört. Ja, ja, das ist eigentlich so eine Regel, ich glaube, da gibt es auch irgendwie schon englischen Namen, dass man den Schluss nicht lesen kann. Ja, super. Weil... Das ist immer noch verkauft. Ja, genau, und ich muss aber allerdings sagen, dass es immerhin noch einige Seiten da auch noch sind. Also, so viele Seiten, es ist jetzt nicht ganz der Schluss. Also, dass man einfach nur den entscheidenden Satz jetzt noch hören müsste. Ja. Also, hier geht es ja auch viel um Sprache, schriftliche Zeugnisse und sozusagen die Recherche, was kann mir irgendwie so Überbleibsel, was können die mir mitteilen? Und eben auf verschiedenen Ebenen, auf der Meta-Ebene immer die Frage, ja, was kann irgendwie Sprache, wie wird sozusagen da Wirklichkeit eingefangen? Und kann ich überhaupt da jemandem begegnen? Und ja, im übergeordneten Sinne kann ich überhaupt irgendwie denjenigen kennen, den ich liebe oder mit dem ich befreundet bin? Ich finde, wie fremd oder wie bekannt vertraut ist mir eigentlich der oder die neben mir geht. Ich fand es noch sehr interessant, wie alt die Anna war, wie sie gestorben ist. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie alt will die wohl sein? Ja. Jetzt, also wie lange waren die jetzt wirklich befreundet? Mhm. Und war dann eigentlich überrascht, dass sie erst 20 war. Ja. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht, ich war jetzt schon verheiratet und irgendwie, also das kam mir so sehr eng vor, denn studiert haben kann sie ja nicht allzu lang mit dem Freund in Hadelberg, oder? Mhm. Das war eine sehr kurze Zeit und dann ist sie gleich in Texas und dann ist sie gestorben. Ja. Das ist quasi eine Zeit, die sich Rena vorzustellen versucht, weil sie über die nichts weiß. Und das sozusagen, die ganzen Seiten, die dazwischen sind, sind eigentlich diese Imagination dieser Zeit. Also das wird dann auch natürlich jetzt noch gedehnt und gefüllt. Das konnte man jetzt nur durch die Raffung, das ist vielleicht jetzt so erschienen, aber es gibt ja auch ganz, ganz junge, heiratswillige Persönlichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Anwesenden so ist. Ich habe mir sagen lassen, dass es wieder auch so ist, dass das heute irgendwie ganz jung heiratet. Ja, nee, es ging mir jetzt gar nicht so sehr darum, wie jung sie geheiratet hat, sondern wie lange sie sich gekannt haben und eng miteinander waren. Und das fand ich sehr spannend, dass man die ganze Zeit überlegt hat, dass Sangha sehr eng und sehr nah. Ja. Und da ist eine Menge passiert schon für die beiden und dann auf einmal war sie erst 20. Weil das einfach in der Zeit Spannung auch schon so viel passieren kann. Ja. Könnte ich eigentlich eher sagen. Ja. Ja, also so erste Liebe, das kann ja sehr intensiv sein. Also als Gefühl und auch wenn es vielleicht nicht lange gedauert hat. Ja, soll ich noch mal gucken. Hören Sie beim Schreiben gerne Musik oder brauchen Sie Ruhe? Ja, das ist ganz eindeutig. Ich brauche absolute Ruhe. Ich wohne in Berlin, auch noch in einem Bezirk, der eigentlich ein sozialer Brennpunkt ist. Und da ist es mir eigentlich schon zu laut. Am liebsten wäre ich auf dem Land. Und ja, das erleben Schriftsteller ganz verschieden. Aber ich finde sowieso, dass die Welt immer sehr voll ist von Geräuschen und Reizen. Vor allem eben in der Großstadt. Und ich brauche eigentlich ganz viel Abstand zur Welt, um in mich reinzuhorchen, um sozusagen diese Erfindungsgabe voll ausleben zu können. Das bedeutet jetzt nicht, dass die nicht aus Erfahrungen sich speist und auch aus Beobachtungen. Wir sind jetzt ganz genau in Beobachtungen. Aber um das so richtig zu erfinden und wieder aus sich herauszuholen, muss man sagen, ja, ganz viel Abstand haben. Deswegen keine Musik. Ja, gut. Das war, glaube ich, die letzte Frage. Facebook rechts. Wie komme ich denn da hin? So, der Mann aus dem Ofen. So, schade. Da haben sich alle schon abgehört. Dann geht das scheider nicht. Gut. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Am besten das Buch natürlich lesen. Und ja, auf jeden Fall danke ich allen Dagewesenen und Virtuellen fürs Zuhören. Okay. Good plan. Good plan. Good plan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.